Herzlich willkommen zu unserem neuesten Video. In dieser Ausgabe erfahren Sie mehr über die neue Online-Plattform kreditvergleich.ch, die den Kreditvergleich in der Schweiz vereinfacht. Im Anschluss werfen wir einen Blick auf die neuesten Firmengründungen vom 29.04.2024. Neue Online-Plattform kreditvergleich.ch vereinfacht den Kreditvergleich in der Schweiz. Ab sofort bietet die neue Online-Plattform kreditvergleich.ch eine umfassende und benutzerfreundliche Möglichkeit, die besten Krediteingebote in der Schweiz bequem von zu Hause aus zu vergleichen. Ziel der Plattform ist es, Verbrauchern transparente und individuell zugeschnittene Kreditlösungen anzubieten. Den ganzen Bericht von kreditvergleich.ch finden Sie auf unserer Website aktuellenews.tv. Am 29.04.2024 wurden 229 Firmen in der Schweiz gegründet, davon 57 Firmen in der Region Zürich, 21 Firmen in der Region Watt und 21 Firmen in der Region Genf. Publizieren Sie Ihre Medienmitteilungen, Events, kulturelle Veranstaltungen, politische Kundgebungen auf den Newsportalen und über unser Online-TV. Steigern Sie Ihre Reichweite für weitere Fragen. Kontaktieren Sie uns auf www.aktuellenews.info oder unter der Gratistelefonnummer 0800-Search. Sie finden uns auch auf YouTube unter «help.tv» oder auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook oder Instagram unter «handelsregister.tv». www.aktuellenews.info.de www.aktuellenews.info.de